Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Kinder leicht zu erreichen seien, wenn man sich nur an den Mond- oder den Bauernkalender hält. Aber wie viel Aberglaube und Realität steckt hinter den Schwendtagen, den Lostagen und den Mondphasen? Das bespreche ich heute mit einer illustren Gäste-Schar. Und ich darf Ihnen vorstellen, Gerhards, der seine Ziegen am Bergbauernhof nach dem Mandelkalender grasen lässt. Ganz zur Freude von Markus, der das alte Wissen der Bauern erhalten möchte. Johanna wiederum plant ihr Leben nach den Mondphasen und sagt, deshalb habe ich heute am Kopf kein einziges graues Haar. Sepp glaubt nichts an den ganzen Mond-Hokus-Pokus und hat auch beim Bauernkalender so seine Zweifel. Während es bei Christine kein Tag vergeht, an dem sie nicht auf ihren Mondkalender schaut. Genau wie Lara, die als moderne Hexe auf die Kraft des Mondes vertraut. Und Stefan, der als Astrophysiker erklärt, welche Erkenntnisse die Wissenschaft zum Mond- und Bauernkalender hat. Und im Studio begrüße ich unseren Experten, den klinischen und Gesundheitspsychologen Magister Dr. Martin Fehlinger, der uns verraten wird, warum Mond und Bauernkalender für viele bis heute nichts an der Magie und an der Mystik verloren hat. Herzlich willkommen euch allen. Ich würde mal gerne in einer ersten Runde von euch wissen, welche Bedeutung denn der Mond für euch hat. Magst du vielleicht beginnen, Christine? Ja, gerne. Denn der Mond hat eine ganz große Bedeutung für uns. Denn die Menschen sind ein Teil der Natur. Genauso wie die Pflanzen und die Tiere. Und alles reagiert auf den Mond. Und wir brauchen nur Eppe und Flut anschauen. Und wir sind auch zum großen Teil aus Wasser. Und die Psyche reagiert. Und es ist, glaube ich, überhaupt kein Geheimnis, dass der Mond einen ganz großen Einfluss hat. Lebst du auch oder arbeitet ihr bei euch zu Hause am Hof auch nach dem Mond? Ja, wir arbeiten schon über 50 Jahre nach Demeter-Richtlinien. Und bei Demeter, das ist also die strengste biologische Arbeitsweise, die es in der Welt gibt für die Landwirtschaft. Und da ist der Mondkalender, dieser Aussaat-Tage-Kalender, ja Vorschrift. Den haben wir einfach auch zu verwenden. Nicht wie die Bibel. Es ist nicht stur, sondern es ist einfach ein Werkzeug. Und wenn es passt, dann passt. Wenn es heute regnet, dann geht es natürlich nicht. Dann muss ich heute den nächsten besten Tag nehmen. Wir werden noch ein bisschen auf Einzelheiten dann eingehen, wie ihr das macht mit dem Weingarten oder mit Putzen oder mit Einkochen. Das wirst du uns dann noch erzählen, wie ihr das bei euch am Hof macht. Gerhard, du lässt deine Ziegen an bestimmten Tagen grasen. Lass die Kühe, glaube ich, nicht an D-Tagen gemeinsam auf die Weide, weil? Ja, aber bei den D-Tagen, da habe ich schon meine Erfahrungen, das haut nicht hin. Wenn du da ausgetreibst und da zwei Herren kommen zusammen, da gibt es Rankeleien und so. Also Montag, Sonntag hat man immer gesagt, am Freitag darfst nichts Neues anfangen, aber das bin ich wieder draufgekommen, ist auch wieder nicht Blödsinn. Also nur nicht Dienstag und Donnerstag, da hast du wirklich das Deharmonieren zusammen. Und sonst hast du nur Rankeleien. Und du richtest dich da nach dem Bauernkalender? Ja, schon, nein, also ich tue nicht ganz komplett alles, aber ich habe da meine Erfahrungen, wie gesagt, jetzt, wo ich das praktiziere, schon in letzter Zeit, wie gesagt, seit 15 Jahren bin ich jetzt ja aus dem Hamsterrad rausgestiegen und meine Frau hat mich daheim beschäftigt und dann habe ich natürlich jetzt viel mehr mit dieser Sache zu tun, als wie damals bei der Arbeit. Und da helfen mir eben meine Ziegen, wie wir schon am Anfang gesagt haben, dass ich da einfach, wenn die Schweintage kommen, so ein, die Juli umhertum, Offenhaltung der Kulturlandschaft, das ist ein Thema der Stunde, weil es wächst ja alles zu. Man hört überall, Bewaltung wird immer mehr, immer mehr. Und da haben wir am Anfang angehämpft, wie gesagt, mit der Sengsen und alles, aber das wächst ja nie fertig. Und dann haben meine Kinder mal auch so zwei so Ziegen geschenkt gekriegt. Und da haben mein Schwiegervater und die Leer Milchbauer, und ja, sowas darf ich überhaupt nicht in Frage kommen, ist ja so, eine Ziege ist ja arm und Leitvieh. Und dann kommt da der Schwiegervater und unterstützt noch seine Kinder bei den Ziegen. Und da haben wir so ein kleines Eickertl eingezahlt für, das war oben im Haus, komplett als ein Krauthaufen. Und dann habe ich den reingelassen, eingezahlt, und dann habe ich gesehen, da brauche ich nicht mehr viel da, da sind nur immer mit der Sengsen ein bisschen nachgegangen. Und das war weg. Und heute habe ich da wunderbare Streuobstwiesen, wie gesagt, und das Umkraut ist weg. Aber das heißt aber schon, dass an bestimmten Tagen du dich, du richtest dich da schon nach den Weisheiten, die zum Beispiel auch dein Sitznachbar, der Markus, nicht nur sammelt, sondern du bist so ein Bewahrer auch ein bisschen. Du bist sehr interessiert an der Kultur, die Jahrhunderte alt ist. Ich glaube 1707 oder so wurde der erste Mandel- oder Bauernkalender. Der Mandelkalender oder Bauernkalender, der ist ja noch älter. Der stammt ja aus dem 15. Jahrhundert. Früher hat man das natürlich in Stabkalender genützt, hat man Kärben reingeschnitzt. Einfach, dass sich die Leute draußen da sich halten haben können dran. Und da hat es auch nachher, wie der Buchdruck angefangen hat, hat es eben drei großen Themen gegeben, in Massen zu produzieren. Das waren christliche, biblische Bücher, Heiligenbilder und der Mandelkalender. Und erst 1707 war es dann interessant, ein Steirer, der eine Druckerei gehabt hat. Der wollte sich regional anpassen, auch den Wetter anpassen regional, die Gepflogenheiten anpassen regional und hat dann eben diesen Mandelkalender, diesen steirischen Bauernkalender produziert. Und den gibt es nach wie vor bis heute 300 Jahre und hat an seiner Gültigkeit nichts verloren. Also Mandelkalender, weil gezeichnet, weil die Menschen früher mitunter auch nicht lesen konnten, damals. Also quasi viele Menschen. Früher waren ja die meisten Knechte, Mägde, Analphabeten und mit diesen Symbolen hat man sich nachher leicht orientieren können. Es hat gewisse Tage gegeben und das hat sich nachher relativ leicht ausreden lassen. Das Wissen der alten Menschen sozusagen, der alten immer übernommen, genau. Das war bei der Johanna ja auch so. Dein Großvater hat dir viel damals noch als Kind und als Jugendliche mitgegeben. Was denn genau? Der in erster Linie war ein Vorbild, der hat das einfach gemacht. Der hat da nicht viel geredet, besser gesagt gar nichts geredet. Der hat ja nichts gehört. Und man hat im Alltag gemerkt, dass das funktioniert. Man hat natürlich schon auch so manches hinterfragt, weil das vielleicht altmodisch ist und vielleicht geht es anders besser. Aber man ist immer wieder drauf gekommen, dass das Sinn macht. Und wenn man ein Feld zu bewirtschaften hat, was mehr Steilhänge hat wie flach. Also diese Bauern, die haben sich ohnehin länger dran gehalten, weil sie natürlich die Arbeit nicht doppelt machen möchten. Und dein Großvater hat sich eben sehr nach dem Mond orientiert. Der hat eigentlich alles nach dem Mond gemacht. Also ich wüsste gar nicht, was er nicht nach dem Mond gemacht hat. Und man hat gesehen, dass es funktioniert. Und ich habe es dann auch ein paar Jahre nicht mehr gemacht, wie ich nach München ging. Da habe ich mir gedacht, naja, das muss jetzt nicht sein. Und habe dann heimlich wieder angefangen, weil das ging nicht gut. Also das ist einfach zu viel Arbeit. Du wirst uns dann noch erzählen, wie du quasi die Mond-Expertin geworden bist. Quasi international auch bekannt und auch gelebt ja im Ausland lange. Weil nämlich die Lara hat ja auch einen Opa, der sie sehr gefördert hat und der dich geprägt hat. Mit dem du ja auch ein Stück weit nach dem Mond gelebt hast, gell? Ja, auf jeden Fall. Also das ist so die lebhafteste Erinnerung, die ich noch an meinen Opa habe. Da hat er mich mal geweckt, so wirklich mitten in der Nacht. Und meinte so, komm, zieh dich an, wir gehen jetzt raus. Und ich denke mir so, okay, es ist mitten in der Nacht. Und er nimmt mich raus und sagt so, so und jetzt tun wir Ringelblumen pflücken. Und ich denke mir so, okay. Und er hat mir dann erklärt, dass die Ringelblumen, das Kräuter allgemein, während bestimmten Mondphasen entweder mehr sozusagen die Wirkstoffe effektiver sind oder dann halt weniger. Und mein Opa war halt Imker und er hat halt sehr viele Salben natürlich auch selber hergestellt und unter anderem halt eben auch die Ringelblumensalbe. Und das ist so etwas, was mir dann wirklich echt so in Erinnerung geblieben ist, obwohl ich das damals als Kind so gar nicht verstanden habe, wirklich, was er mir jetzt da mitgeteilt hat. Und die Großeltern haben überhaupt sehr nach dem Mond gelebt. Also zu Vollmond, glaube ich, sind sie immer gesessen am Bankerl, gell? Ja, ja, beide. Also ich weiß es noch, meine Oma ist damals, wo ich zur Welt gekommen bin, ist meine Oma verstarben. Aber mein Opa hat das dann immer alleine weitergeführt. Die sind immer draußen gesessen, immer zu zweit, immer den Vollmond angeschaut. Und sie haben auch immer gesagt, und das ist bei mir mittlerweile auch so, dass wenn der Vollmond draußen ist, solange ich nachts schlafe, muss ich auch sagen. Ja, also wenn ich nachts schlafen will, ist der Vollmond toll, weil da kehrt auch so irgendwie so eine innere Ruhe ein. Aber Sepp, das ist etwas, wo du auch dran glaubst. Bei Vollmond schläfst du nicht gut oder schlecht ein? Also das würde ich schon auch bejahen, weil mein Schlafzimmer direkt so zum Aufgang des Vollmonds ausgerichtet ist und der die halbe Nacht hineinscheint. Was kann ich schon losieren? Nein, auf meiner Almhütte habe ich keine Jalousien, sondern nur einen Vorhang, den ziehe ich dann zu. Aber wenn ich vergesse, den zuzuziehen, dann fällt mir halt auf, dass es sehr hell ist. Aber alle anderen Wirkungen des Mondes, würde ich sagen, das ist Humbug. Okay, lass mal einfach, bevor ich den Stefan dran nehme, das ist unser Wissenschaftler, also bevor du sagst und deine Erklärungen lieferst, möchte ich gern, lieber Stefan, so ein paar praktische Beispiele von euch hören. Christine, du tust ja sozusagen nicht nur beim Einkochen, ich glaube Fenster putzen, auch nach den Mondfahrten. Nein, naja, es ist ja auch eine praktische Einteilung. Wir brauchen ja sowieso eine Einteilung und dann können wir nicht so wahllos durch das Leben gehen. Das ist einmal das eine, einmal sehr praktisch. Und dann muss ich halt total widersprechen, dass das natürlich schon eine Wirkung hat, aber es kommt natürlich auch drauf, ich muss glauben. Es ist ja unglaublich, was wir selber für Energie haben. Und die muss ich auch in mich hineinlegen. Ich kann nicht sagen, ich probiere es aus und glaube an den Blödsinn nicht. Na, dann wird es natürlich nichts, weil ich ja meine negative Energie da schon hineingebe. Erzähl bitte die Geschichte von diesem Weingarten. Ja, ich weiß nicht, was du meinst. Er beplant wurde an einem, glaube ich, Steinbocktag oder so. Ja, und zwar haben, also bei dem anthroposophischen Demeter-Kalender sind strichlierte Tage, wo also Knotenpunkte sind und so, wo es einfach nicht günstig ist, etwas auszupflanzen. Und wir haben, die Maschine war kaputt und dann haben wir gesagt, mach dir nichts, nehmen wir den nächsten, nächsten Tag. Also bis es repariert war, sind wir genau ausschließlich an diesen einen strichlierten Tag hingekommen. Wir haben gesagt, naja, bitte jetzt die Pflanzen, die gehören unbedingt in die Erde. Machen wir jetzt einen Hektar Weingarten. Das ist aber ganz schön viel. Wird ausgepflanzt. Das war, also mal gut gepflanzt. Die Maschine hat funktioniert. Der Weingarten war ein ewiges Spital. Der ist nie richtig gewachsen. Es sind ganz viele Weinstöcke, sind einfach hingekümmert. Und wir haben es dann gerodet, neu ausgepflanzt nach Jahren. Hat wahnsinnig viel Geld gekostet, weil halt sowas teuer ist und viel Arbeit macht. Und beim zweiten Mal ist das dann alles geglückt und der ist ein Superweingarten geworden. Das heißt, du schließt da raus. Das kann nur deswegen gewesen sein, weil er am falschen Tag quasi gesät. Ja, aber das Gleiche ist ja mit dem Blattsalat. Wenn ich den pflanze zum Beispiel an Blütentagen, dann kann ich schon darauf warten, dass der Gleichschoss, dass der nicht lang bleibt. Das kann jeder beobachten. Was ist ein Blütentag? Naja, es sind, wir haben die vier Elemente. Das ist also Wasser, dann das Feuer ist der Fruchttag, Wasser ist das Blatttag, dann ist der Wurzeltag, ist die Erde und der Blütentag ist die Luft. Aha, okay. Und je nachdem, was ich halt jetzt anregen will, das ist beim Hacken, beim Pflegen, beim liebevollen Umpflanzen meiner Topfpflanzen zum Beispiel. Und es ist bestimmten Wochentagen zugeordnet oder bestimmten Monats? Nein, das geht laufend, 28 Tage lang, so wie halt der Rhythmus ist. Der Mond hat aber kein 28-Tage-Rhythmus. Der Kalender hat das. Ja, aber der Mond nicht. Aber der Kalender ist so aufgebaut. Also da kannst du vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen. Aber ich glaube, die 28 Tage sind auch kein Geheimnis. Bevor wir die Johanna reden lassen, du musst du dich auch pflegen? Ja, Haare schneiden. Haare schneiden. Ich glaube, ich hätte gar keine Haare. Nein, ich weiß nicht. Es wird nicht zu viel ausmachen. Und du musst die Haare färben oder tönen? Ja. Und wenn es geht, an Jungfrautagen? Ja. Oder zumindest an Löbetage. Löbetage wird geschnitten, Jungfrau wird geschnitten. Schade, schade, weil würdest du dir die Haare, Johanna, am Freitag zwischen elf und zwölf Uhr waschen, hättest du keine grauen Haare, gell? Ja, es erzählt, das heißt es einfach und bei uns war es so üblich und dann macht man es einfach so. Ich habe immer gesagt, wenn ich einmal, also ein paar Geschwister von mir haben rötliche Haare und ich habe immer gesagt, wenn ich mal grau werde, dann färbe ich es mir auch rötlich. Aber das ist dann nie so weit gekommen, aber vielleicht kommt es auch nochmal. Aber heißt das, nur an diesem einen Tag im Jahr, weil Karfreitag hat man ja noch einmal im Jahr, oder jeden Freitag zwischen elf und zwölf Uhr? Nein, nein, an jedem Freitag, das sind die Fingernägel oder Zehennägel, die man schneiden soll, damit sie nicht brechen, damit sie immer stabil sind. Freitag soll man die schneiden? Das sind die Fingernägel. Das mit dem Haaren, dass sie nicht grau werden, das ist natürlich nicht nur an Karfreitag waschen, also an Karfreitag ursprünglich zwischen elf und zwölf. Und durch die Sommerzeit zwischen zwölf und eins, weil es ist meistens oder fast immer an Ostern schon die Sommerzeit. Aber Frage, geht das im Nachhinein auch noch? Ich glaube nicht, weil mein Mann, der ist katzgrau, der hat es auch erst erfahren, wo er schon grau war. Und hast du dir in einem Jahr, hast du es einmal vergessen? Nein, vergessen habe ich es nie, aber ich war einmal gerade von New York nach München im Flugzeug am Karfreitag. Das ist jetzt, glaube ich, so gut zehn oder fünfzehn Jahre her. Da habe ich es mal nicht zwangsläufig natürlich nicht im Flugzeug. Und da waren schon die ersten grauen Härchen da? Ja, komischerweise waren wirklich nach ein paar Monaten, ich habe da gar nicht dran gedacht, ein paar. Die habe ich immer noch irgendwo verstreut. Manchmal sieht man es manchmal nicht so. Aber es ist dann nicht mehr besser. Und dann lasst du die Haare färben? Nein, ich habe es schon mal färben lassen, wie ich so 30 war. Aber das mache ich nie mehr. Das war mir viel zu viel Arbeit. Du, Johanna, und jetzt erklär bitte, weil die Christine von 28 Tagen im Rhythmus, das ist eigentlich das, was man gemeinhin... Ein paar Stunden noch, also so genau ist es nicht. Aber sie hat schon recht, die Umlaufbahn, das ist 28 Tage, ein paar Stunden und das manchmal mehr, manchmal weniger. Aber man soll da sowieso nicht so... In Bayern würde man sagen, Tüpfel scheißen. Aber jetzt geht es, ich frage den Stefan. Also wie ist es jetzt mit dem... Der Sepp schüttelt den Kopf. Was bist du, Astrophysiker? Ja, genau. Aber heute Respekt. Ja, also was den Mondorbit angeht, da muss ich eben den 28 Tagen widersprechen. Durch einzelne Verschiebungen ist es nämlich so, dass der Mondmonat eigentlich 29,5 Tage lang dauert. Und dahingehend müsste man auch sagen, also zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, jeden Freitag zum Beispiel oder jeden Karfreitag, man ist immer mit unterschiedlichen Mondphasen davon betroffen. Also diese 28 Tage, die gelten da im Endeffekt dann nicht, sondern der Mondorbit dauert eben 29,5 Tage. Beeinflusst der Mond uns? Ist das überhaupt wissenschaftlich bewiesen? Der Mond ist natürlich ein wissenschaftliches Objekt, das sehr oft untersucht wird, ganz besonders, was eben Einflüsse auf uns, auf Umwelt, auf Tiere zum Beispiel angeht. Und um es vielleicht vorsichtig mal auszudrücken, es geht in der Wissenschaft natürlich immer um Wahrscheinlichkeiten. Ist es wahrscheinlich, dass ein Einfluss möglich ist? Ist es sichtbar? Diese Wahrscheinlichkeit ist es sehr häufig, sehr selten sichtbar. Und im Endeffekt muss man sagen, bei den Vielzahlen an wissenschaftlichen Studien, die dabei gemacht wurden, kann man definitiv nicht ausschließen, dass Tiere und Umwelt betroffen sind. Bei den Tieren ist es eigentlich ziemlich, ziemlich klar. Die haben einen anderen Wahrnehmungssinn, andere Detektorensinne, dass die den Mond anders wahrnehmen können, sogar wenn er nicht einmal am Himmel ist. Auch die Pflanzen. Genau, richtig. Die Pflanzen sowieso, ganz genauso. Aber bei uns Menschen ist es momentan nicht bestätigt. Wissenschaftlich kann man nicht sagen. Aber wenn sich die Tiere daran quasi ausrichten und sogar die Pflanzen, warum wäre das nicht möglich, dass der Mond auch uns beeinflusst? Wie schon gesagt, wir haben zum Beispiel ganz andere Detektionssinne. Also wenn wir zum Beispiel an unser menschliches Auge denken, das empfängt zum Beispiel Licht nur in ganz bestimmten Wellenlängenbereichen. Und Tiere und Pflanzen können das viel stärker, viel intensiver. Und was auch noch zusätzlich dazu kommt, wenn wir zum Beispiel bei den Pflanzen kurz bleiben und an Photosynthese denken. Photosynthese wird durch Licht indiziert. Das heißt, einzelne Spektralbereiche, einzelne Bereiche, ganz besonders kurzwelliges Licht, das ist sehr blaues, sehr kaltes Licht, das induziert Photosynthese zum Beispiel, kann auch den Wuchs steigern. Und das haben wir Menschen nicht. Wir Menschen haben solche Indizes in uns ganz einfach nicht, wo wir sagen können, wenn der Mond uns scheint, werden wir größer. Und trotzdem, Johanna, glaubst nicht nur du oder bist felsenfest davon überzeugt, sondern Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Also ihr habt ja, oder du hast ja, wie du erzählt hast vorhin, eine Zeit lang nicht danach gelebt, nach dem Mond. Du warst in München und dann hast du aber bemerkt, es fehlt dir etwas. Naja, es ist so, wenn wir jetzt zum Beispiel, so wie es ja vorher ist mit Pflanzen und Tieren und so weiter, die Tatsache, dass wir schon so, ich weiß nicht, wir können jetzt nicht sagen, verblüdet sind, aber wir einfach die Natur nicht mehr so wahrnehmen. Wir haben da einen Stecker, wir haben da einen Strom, wir haben, also die Leute schauen aufs Handy, wie das Wetter wird. Ich schaue halt rauf. Genau. Ich treffe viel mehr als wie das Handy. Also wenn es wirklich hart auf hart kommt, fragen die Leute mich. Ich wollte gerade sagen, eigentlich, wenn man jetzt irgendwie was plant, sollte man die Johanna holen. Naja, es geht heutzutage nicht mehr so. Ja, weil tatsächlich dieser Klimawandel vorhanden ist, wo man das nicht mehr so sagen kann. Aber dieses Gespür, man muss sich mal überlegen, wenn jemand blind ist zum Beispiel, dann hat der ganz andere Wahrnehmung von den anderen Sinnen oder wenn jemand nicht hört oder wie es bei meinem Opa war, der nicht gehört hat und mein Papa auch, dann nimmt man etwas anders wahr. Wenn wir unsere Sinne ein bisschen mehr wahrnehmen würden, dann würden wir viel mehr spüren. Aber wie viel Glaube steckt dahinter? Sie hat schon recht. Der Glaube macht sehr viel aus. Und zwar, wenn wir an etwas glauben, das ist egal, ob ich eine Prüfung schaffe, ob ich da hinfinde, ob ich, egal was ich mache, wenn ich daran glaube, an mich glaube, dann werde ich diesen Weg ganz anders beschreiten. Also wenn ich sage, ah, das wäre sowieso nichts. Also das ist einmal das eine. Das macht sehr viel aus. Deshalb gibt es auch den Placebo-Effekt. Weil wenn ich das Gefühl habe, du hilfst mir jetzt, dann geht es mir schon viel besser. Und wenn ich aber jetzt sage, ein Tier zum Beispiel, ein Tier kann ja nicht dran glauben. Oder eine Pflanze. Vielleicht, aber soweit ich weiß nicht. Und bei den Tieren sieht man es ja auch. In der Natur richten sich die Tiere ganz stark nach dem Mond oder nach anderen Einflüssen. Wo zum Beispiel? Bei Fischen ist das ganz viel der Fall. Also es gibt auch Fischer, die gehen beim abnehmenden Mondwinschen. Wetter ist Fischen. Würde ja nie gehen, weil da wischt man ja nichts. Oder zum Beispiel Tiere. Ich habe jetzt das erste Mal gehört mit den D-Tage. Ich kenne nur Dienstag und Donnerstag. Aber das ist, so kann man es gut merken. Das D-Tage. Man sieht das einfach, dass die Tiere, wir haben ja auch verschiedene Tiere gehabt und Kühe, die das erste Mal nach dem Winter rauskommen, die raufen, aber die freuen sich natürlich auch. Aber der Nachbar hat vielleicht auch die Tiere gerade draußen und die raufen. Und wir Kinder wurden da richtig eingesperrt, aber wir mussten im Haus bleiben, weil das zu gefährlich war. Und wir haben es nie Dienstag oder Donnerstag raus. Aber wenn man es jetzt am Mittwoch oder am Freitag oder am Montag raus... Dann streiten sie nicht so. Oder wir haben unsere Tiere ja auf die Alm getrieben, am Berg, die würden ja abkugeln. Also das geht gar nicht. Wenn die da oben raufen, dann kugeln die ab. Aber ist das immer so gewesen? Ja, das ist immer. Oder war das... Ja, Sepp, aber das ist ja dann interessant. Wenn sogar der Gerhard das beschränkt. Nein, es funktioniert ja auch. Man sieht ja auch, dass es funktioniert. Die Kühe können ja nicht daran glauben. Also die Kühe sagen ja nicht, oh, heute ist Dienstag, heute rauf ich mal. Ja, bei mir läuft ja alles frei herum, bei den Händlern halt sozusagen. Da merke ich es am stärksten, wenn da irgendwann drei Tage Fahrer, also das sehe ich schon, wenn da bei uns der, wie sagen wir der Geier, aber wenn der Hühner habe ich gekommt, dann bin ich mir überzeugt, nach drei Tagen ist Schlechtwetter. Weil der instinktiv schon weiß, jetzt muss ich Fahrräte heranschaffen und alles, und dann die Hühner sind alle draußen, dann fehlt halt wieder was. Also, dass der Hühner habe ich mit dem Mond was zu tun hat und mit dem Wetter, wie es kommt, also das wage ich jetzt. Nein, man muss ja nicht der Mond sein. Ihr redet ja vom Mondkalender. Auch, ja. Und ich glaube, ihr wisst nicht einmal, was die Sieben-Tage-Woche ist und wo sie herkommt. Das sind so, ich sage jetzt einmal, fundamentale Fragen. Und wenn man den Hintergrund weiß, dann sieht man, dass das ein wahnsinniger, blöder Aberglaube ist, wo man sich aufs Hirn greift, dass wir uns die Zeit noch immer so einteilen. Nach einem absoluten, aus unzähliger Vorzeit, im alten Babylon hat das einmal jemand gesagt, ja, heute ist Tag des Saturn und deshalb tun wir heute nichts, sozusagen. Und 24 Stunden später ist dann Tag der Sonne und deshalb können wir jetzt wieder was arbeiten. Also das sind, das ist eine Herkunft. Wie würdest du das einteilen? Bitte? Wie würdest du einteilen? Lebt es einen Tag nach dem anderen. Ganz einfach. Ganz einfach. Wurscht, das kann man ja zusätzlich. Wurscht, wie alt man ist. Völlig egal. Wurscht, wie alt man ist. Man wird automatisch älter, oder? Egal. Das sind Überlieferungen über Jahrhunderte von Generation zu Generation. Und jeder hat eben in seinem Kalender kleine Notizen gemacht und hat das für das nächste Jahr wieder mitgenommen, diese Information. Jetzt ist es natürlich so gekommen, dass diese Lostage dann entstanden sind. Also diese speziellen Tage kennt jeder, die Eisheiligen zum Beispiel, wo man gesagt hat, wenn die Eisheiligen vorbei sind, dann kann man eben draußen anpflanzen, dann kann man die bäuerliche Arbeit draußen beginnen, nämlich, weil diese Erfahrung aus der Geschichte zurück einfach immer wieder wiederkehrend war. Und dann gibt es eben noch diese Symbole, nämlich, wo diese Analphabeten, diese bäuerlichen Helfer, die Knechte, Mägde, einfach ja sich mit irgendwas orientiert haben müssen. Und wenn ich zum Beispiel so wieder den 17. März hernehme, wo die Maus beißt den Spindfaden ab, ist es einfach so ein Tag, wo man weiß, aha, jetzt beginnt die Arbeit am Feld draußen. Aber jetzt zu sagen, nur zum nächsten Tag leben, das funktioniert nicht, weil früher wären die erhungert. Die hätten nicht leben können, nämlich. Haben wir dieses Bild von der Maus mit dem, mit dem, mit dem, ach da haben wir es jetzt schon, aha, der 17. März und da sieht man die zwei Maus. Genau, beißt den Spindfaden ab. Das heißt, das bedeutet jetzt raus, Hausarbeit stehen lassen. Und dann beginnt die Feldarbeit. Das ist aber jetzt nur ein Symbol, das ist ja nur ein Symbol, nämlich, damit die Leute gewusst haben, aha, jetzt sind andere Prioritäten zu setzen. Dass ich im Herbst meinen Korn mähen kann, dass ich was zum Essen habe, dass ich in meine Holzernte reingefahren bin. Aber wenn jetzt zum Beispiel der 17. März, ein ganz orger Tag mit Regen und Hagel und irgendwas. Das wird zielig gegeben haben, gar keine Frage. Das ist ja nur ein Stichtag, ein Lostag, aha, ab dem Tag beginnt diese Arbeiten, wenn das einmal ein Regentag ist, ja, wird es genauso gegeben haben. Sepp, hast du auch einen Mandelkalender? Ja, natürlich, natürlich. Ach so. Also der Mandelkalender, ich habe wirklich nichts gegen einen Mandelkalender. Er ist eine wunderbare, jetzt sage ich mal, Kulturkalendergeschichtliche Tradition. Und ich hoffe, er bleibt noch lange erhalten und wird noch lange gedruckt. Ich habe vor zwei Jahren in Graz eine große astronomische oder kulturastronomische Veranstaltung mitorganisiert. Und da sind aus der ganzen Welt sozusagen Wissenschaftler gekommen, Astronomen, Archäologen und so weiter. Und ein Gadget war eben dieser Mandelkalender für die Teilnehmer. Und die waren hingerissen, dass es sowas heute noch gibt. Kann man kaufen? Kann man kaufen, gibt es einen eigenen Verlag dafür. Ja. Und wird nach wie vor in Graz gedruckt, in mehreren Ausgaben. Also das ist sozusagen der Kleine. Der Standard ist das. Der Kleine, den tun Bauern sozusagen ein Jahr nach dem anderen zusammenheften, bis das so eine dicke Schwarte wird. Dann gibt es also auch einen Standstehkalender und diverseste Gadgets. Und was sagt die Wissenschaft zum Mandelkalender, zum Bauernkalender? Also wenn wir jetzt vom Bauernkalender allgemein sprechen, jetzt mal vom Mond abgesehen, macht es natürlich Sinn, sich so einem Bauernkalender nach Jahreszeiten zu richten. Das ist natürlich klar. Und wenn ich jetzt natürlich von Frühling spreche, Frühjahr mit März aussaat, macht natürlich jahreszeitentechnisch Sinn. Also es gibt zum Beispiel einen Sternhaufen am Himmel, das sind die sogenannten Plejaden. Sieben sehr, sehr helle Sterne, die man sehr gut sehen kann. Eigentlich sind es über 300, aber sieben, die man eben mit freiem Auge sehen kann. Und je nachdem, ob die am Himmel zu sehen waren, ob die mit dem Morgenhimmel verschwunden oder nicht verschwunden sind, meistens gegen April herum, hat man damals gewusst, aussaat. Und im Oktober waren sie dann wieder da. Also im April sind sie verschwunden, im Oktober waren sie da. Da haben wir gewusst, alles eindrucken. Alles wieder rein. Und da, wie gesagt, diese Richtung nach Jahreszeiten, die macht natürlich Sinn. Das ist genau das, was ich mir in der Vorbereitung, ich mir selber gedacht habe. Für uns ist alles so klar. Aber wenn man jetzt zurückdenkt, vor Jahrhunderten, müssen sie die Menschen ja irgendwie orientiert haben. Man kann schon sagen, dass man den Mandelkalender in der heutigen Zeit nicht mehr brauchen würde. Aber als Tradition, als Kulturträger, ist das ein schönes Ding. Und stellen wir uns vor, es gibt ab morgen keinen Strom, kein Internet, hoffen wir es nicht. Ja genau. Man könnte leben mit dem. Man könnte sich richten, weil der Mandelkalender, man sagt es, der wird jedes Jahr erstellt. Zwischen 70 und 75 Prozent passt vom Wetter her, diese Prognosen nämlich. Weil einfach diese Daten 300 Jahre zurückliegen und immer wieder monetisiert worden sind. Weil wenn der Mandelkalender erstellt wird, wird die immer vom Ausdruckkontrollen, von der Wetterwarte, nämlich diese Daten absaugen und vergleichen, wie ist das auch mit dem Mandelkalender, in den Jahrzehnten zurück gewesen. Und so hat man eigentlich nachher immer einen aktuellen Kalender. Und gibt es da auch so Bauernregeln? Die Bauernregeln, das ist ein eigenes Thema. Was aber einfach dazu nützt, einfach das sich besser zu merken. Ja, sag das gerne. Ja, nein, also Bauernkalender und auch Mandelkalender, solche Sachen, glaube ich, sind ganz wichtig, dass man das regional sieht. Weil ich kann nicht was vom Burgenland her für das Hochgebirge nehmen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Mai-Regen bin, bringt Segen. Das ist zum Beispiel bei uns ganz, ganz wichtig, dass im Frühjahr regnet, dass genügend Feuchtigkeit da ist. Das bringt nichts für die Alpen. Also man darf also das nicht zu eng sehen. Das muss alles im Großen gesehen. Und auch die Maus beißt den Spinnfaden ab. Ja, wir müssen uns auch so danach richten. Wir müssen schauen, dass man mit der Winterarbeit, die man im Keller oder sonst wo hat, bis spätestens Anfang März fertig sein. Weil dann müssen wir natürlich rausgehen in den Weingarten. Und der Sepp hat eine Regel? Oder was? Bauernregel? Ich habe in Erinnerung von meiner Mutter so einen alten Spruch. Und der lautet folgendermaßen. Zu Stefanie ein Muckengar, zu Neujahr ein Haunentritt, Heiligdreikönig ein Hirschensprung und Maria Lichtmess eine ganze Stunde. Das beschreibt das Längerwerden des Tages im Jahreslauf. Nämlich zu Maria Lichtmess, also 2. Februar, ist der Tag um eine ganze Stunde in unseren Breiten länger. Also das ist eine uralte Beobachtung. Das andere ist halt eine bildhafte Beschreibung. Aber hat trotzdem geholfen, sich zu orientieren? Natürlich, ja. Bei uns bleibt der Christbaum bis zum Maria Lichtmess stehen. Aber den muss ich natürlich richtig schneiden. Und ich muss dann schneiden, wenn der ganze Saft des Baumes oben ist, bis in die Nadeln. Und wenn ich den da schneide, dann duftet er und die Nadeln fallen nicht ab. Wenn Sie jetzt einen bestimmten Mondtag oder was halten, die Christbaum, dann sind die Nadeln länger oben. Natürlich, die fallen teilweise überhaupt nicht ab. Genau, die bleiben wirklich wie kleben. Und bevor jetzt der Set was sagt, die Johanna hat ja mal einen Kranz, der aus 1969 ist. 1969, ja. Und der immer noch die Nadeln oben hat. Der hat die Nadeln noch oben und der riecht auch noch. Wie geht das? Er hat nicht mehr ganz so viele Nadeln, weil jeder, dem es interessiert, zupft ein paar runter. Aber er riecht immer noch. Das ist ganz einfach. Das ist bei zunehmendem Mond, wenn man die schlägert, vor allen Dingen drei Tage vor Vollmond, Oktober oder November Vollmond, ist der ganze Saft oben. Und als Kinder wurde es schon so erklärt, dass der Zuckergehalt mehr drin ist. Und wenn man dann schlägert, dann hört der Baum auf zu leben und der Zucker verklebt die Nadeln. Wenn ich bei einem abnehmenden Mond den Baum schlägert, ist der noch eine Woche im Wohnzimmer, verliert er die Nadeln. Und wenn man das richtig macht, verliert er es nie. Es gibt natürlich die ganze Phase zunehmend. Der Mond ist gut, aber so direkt drei Tage vorher, vor Vollmond. Also ich habe einen Cousin, der hat den Christbaum jetzt, entweder 52 Jahre oder 53, das weiß ich nicht. Immer den gleichen, auch die Nadeln dran. Also das ist belegbar überall. Wo er den selben Christbaum immer noch steht? Den selben Christbaum, ja. Also den geschlägerten? Den geschlägerten Christbaum. Wo steht denn der im Wohnzimmer? Nein, nein, der tut ihn schon auf den Dachboden über den Sommer. Und im Winter holt er ihn wieder runter. Und der hat immer noch alle Nadeln? Alle Nadeln, ja. Die werden braun. Aber den könnte man ja ansprühen. Ja, das hat er gemacht, ansprühen, irgendwann einmal. Und er ist vorgeschlagen worden für das Guinness Buch der Rekorde. Und weil er es aber angesprüht hat, ist es dann nicht gegangen. Aber mein Adventsgranz ist nicht angesprüht. Okay, okay. Er ist einfach braun. Hatte es der Gerhard vorstellen? Ja, ich würde sagen, Riesbäum habe ich mit Wasser. Also da gibt es eine Behörde, wo man Wasser nicht füllen kann. Das muss man täglich nachfüllen, weil da ist so eine Verdunstung in der Stube. Und da habe ich wirklich bis Lichtmessen. Der hat meine Triebe angesetzt, so lange. Ich meine, ich habe den Tag nicht geschaut, weil ich den umgeschnitten habe. Aber das gibt es auch ohne Wurzeln. Christine hat noch einen Spruch, was für uns, für den Weintrauben, Weingarten ganz wichtig ist. Was der August nicht vermocht, der September nicht mehr kocht. Okay. Also da beginnt dann natürlich schon, baut die Vegetation ab und da hilft es nichts mehr. Stirbt der Bauer im Oktober, braucht er im Winter keinen Pullover. Ja, das sind ja die lustigen Sprüche. Vielleicht darf ich da kurz was einwerfen, weil es aus wissenschaftlicher Sicht, glaube ich, auch hier erwähnenswert ist. Es gab von der Universität Graz eine Studie, die genau diese Bauernregeln untersucht hat. Ganz besonders in der Region Oststeiermark und Graz, wo das Ganze über 40 Jahre, Daten über 40 Jahre gesammelt worden sind. Und ich glaube, 26 Sprüche waren es, die da begleitet wurden. Und statistisch signifikant bedeutet über 90 Prozent Eintritt waren gerade einmal vier. Okay. Also das sei einfach aus wissenschaftlicher Sicht definitiv auch erwähnt. Ich meine, jetzt haben wir den Markus da mit dem Mandelkalender. Glaubst du oder verfolgst du auch einen Mondkalender? Lebst du auch ein Stück weit nach dem Mondkalender? Nein. Nein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch durch einen Mandelkalender, nur durch Zufall wieder draufgekommen. Ich habe den Mandelkalender in Erinnerung gehabt von meinem Großvater, der wirklich mit dem Mandelkalender gearbeitet hat. Aber erst durch mein Hobby, durch das Fotografieren, durch das Buch, bin ich wieder über den Mandelkalender gestolpert. Und ich finde, dass es einfach für die heutige Zeit, für die Schnellewigkeit eher einfach entschleunigt und einfach eine tolle Geschichte ist, nämlich das zu erhalten. Aber eine Frage haben wir aus dem Publikum. Die geografische Beschränktheit der Gültigkeit des Mandelkalenders, den ich sehr, sehr schätze, aus historischen Gründen und so weiter, schon von Sepp erwähnt. Was macht jemand mit dem Mandelkalender, ganz naiv, in Australien? Wo ja die Jahreszeiten anders sind als bei uns, ne? Wo dieselben Mondphasen, es ist dasselbe Mond und dieselben Mondphasen herrschen wie bei uns. Aber ja. Wie gesagt, noch einmal, selbst in Europa, der Mandelkalender hat eine Beschränktheit auf ungefähr Mitteleuropa. Ja, Steiermark. Ja. Ja, Steiermark. Mitteleuropa, das weiß ich schon. Mitteleuropa ist es nicht. Mitteleuropa ist es nicht. Bitte, dass es meine Bemühungen ist. Okay, wer möchte antworten? Christine? Nein, in Australien ist jetzt Winter. Also, was soll ich mit dem? Ich kann das schon ganz fachlich, ich habe das nämlich mit dem Verlag besprochen und nämlich nachgefragt, wie das ist. Und es gibt irrsinnig viele Auswanderer. Und die lassen sich das einfach schicken. Und über die Jahrzehnte schreiben die selbst nachher beim Mandelkalender aus der Steiermark in Australien, nämlich das Wetter, wie sie beobachten, dazu. Kann man natürlich aber nicht jetzt ableiten, aber vielleicht über die Jahrzehnte, Jahrhunderte, wenn das weiterverfolgt, lässt sich sehr wohl irgendwann einmal ein Mandelkalender in Australien herausfiltern. Der Mond dreht sich ja um die eigene Achse, nicht? Und dreht sich um die eigene Achse, drehend um die Erde. Der Mond zeigt der Erde immer dieselbe Seite. Genau, obwohl es sich aber sozusagen dreht. Jetzt, wenn er zum Beispiel zu- oder abnehmend ist, bedeutet das, es ist nur die Art und Weise, wie die Sonne ihn beleuchtet. Ganz genau. Aber wieso kann das dann einen Einfluss haben, so, jetzt muss ich die Frage weitergeben an die Johanna, von der ja immer gleich ist. Wenn es nur darauf ankommt, welche Seiten jetzt, wie beleuchtet ist, ob zu- oder abnehmen. Ja, also wissenschaftlich kann ich das nicht beantworten, weil ich kein Wissenschaftler bin. Aber es ist so, dass es ein Uhrwerk, das ist praktisch etwas, was wir ein Uhrwerk sehen. Man richtet sich danach, was habe ich, habe ich jetzt zu- oder abnehmend. Da reagiert der Körper anders, weil zu ist wie bei abnehmend. Natürlich nicht so bumm, jetzt und so, aber langsam. Aber es ist auch nachweisbar, bloß nicht warum. Okay, aber warum zum Beispiel sind Zahn-Operationen oder andere Operationen, Knie ist ja wurscht, günstiger zu bestimmten, ich glaube, man soll nicht operieren bei zunehmendem. Nicht bei zunehmendem. Warum? Also wir sagen immer, man soll nicht nicht operieren, sondern wenn es möglich ist, wenn es zum Verschieben ist. Es gibt ja viele Operationen, die schiebbar sind. An akuten Fällen nie schauen. Aber wenn man es planen kann, das wissen auch die Ärzte, das ist überhaupt kein Thema, dass es bei Abnehmenden weniger Komplikationen gibt, weniger Nachblutungen und die Wunden heilen auch schneller. Nicht nur schneller, sondern es bleiben auch keine Arten. Okay, der Stefan schüttelt den Kopf. Und das haben wir ja sehen, aber die reden ja dann nur mit den Ärzten, unmittelbar der Arzt hat mit dem Patienten, der operiert ist hinterher, außer es geht irgendwas schief, total schief, nichts mehr zu tun. Man muss also praktisch das Pflegepersonal, mit denen muss man reden, wie es dem geht. Magst du Stefan antworten? Ja, gerne. Also ich kann definitiv auch hier sagen, es gibt wissenschaftliche Studien, die sagen, ja, es gibt einen Zusammenhang mit sowas, ganz besonders mit medizinischen Phänomenen. Das große Problem bei diesen wissenschaftlichen Studien ist, man hat meistens Daten aus sechs Monaten gesammelt, drei Monaten, was auch immer. Und dann gibt es aber die wissenschaftlichen Studien, 40 Jahre, 100 Jahre, die genug Daten gesammelt haben, wo man dann ganz eindeutig sieht, dass es ganz besonders mit medizinischen Geburten, war auch ein riesengroßes Thema, die untersucht worden sind, dass die Geburten ja ganz besonders bei Vollmond stattfinden sollen. Wenn man sich jahrelange Daten, wirklich jahrzehntelange Daten ansieht, dann sieht man, dass das nicht der Fall ist. Dazu möchte ich vielleicht Folgendes ausführen, weil ich mit dem gerade bei einer wissenschaftlichen Studie engagiert bin. Der Grund, ich sehe den Hauptgrund, warum so speziell Frauen sich am Mond orientieren, sehe ich am weiblichen Zyklus. Und der heißt ja auch, Menstruation kommt vom lateinischen Namen Mensis Mond, also der Mondzyklus. Und da gibt es also wirklich unzählige Untersuchungen anthropologischer Art, die zeigen, dass sich vermutlich oder ich würde sagen offensichtlich in der Frühzeit Frauen zusammengeschlossen haben und auch ihren Zyklus synchronisiert haben und die Mensis den Beginn des Zyklus auf den Neumond sozusagen sich konzentriert haben. Da gibt es so viele, jetzt sage ich einmal, Hinweise, Indizien, dass das so ist aufgrund der Mythologie. Gut, dass du das sagst und daneben die Lara sitzt, die moderne Hexe, weil du ja einen wirklich tollen Bezug zum Mond auch hast. Und ich weiß nicht, ihr trefft, trefft ihr euch so, wie man das so aus den Märchenbüchern kennt? Ja. Im Wald bei Vollmond oder Neumond oder weiß ich nicht? Und tanzt ihr dann nackt ums Lagerfeuer? Ja gut, also so, dass wir jetzt da nackt ums Lagerfeuer tanzen, das ist jetzt nachdem man so ein Muss. Aber wenn es die Möglichkeit gibt, gerne. Wir stellen auch Mondwasser her, wir stellen auch Sonnenwasser her. Ja, und es ist, also wir sind, ich muss dazu sagen, also Sepp, wir sind schon gut als Frauen, aber wir können uns jetzt nackt gemeinsam jetzt da irgendwie absprechen und unsere Tage aufeinander abstimmen. So leicht funktioniert das nackt. Das ist Beweise dafür. Schon, aber das ist, da gibt es Beweise, aber da gibt es halt einfach, wenn wir mehr Kontakt miteinander haben, dass sich unsere Körper dann automatisch darauf abstimmen. Aber ich kann jetzt meinem Körper nackt befinden. Schön wäre es, wenn das so ginge. Das wäre wirklich super. Ja, heute hätte ich gerne. Läuft, nein, läuft nicht. So, Lara, was ist ein Mondwasser? Ein Mondwasser ist, das stellen wir Hexen sehr gerne her für unsere rituellen Verwendungen. Einfach eben zum Beispiel, hauptsächlich bei Vollmond, lassen wir meistens schon gesegnetes Wasser draussen stehen und lassen es eigentlich richtig im Vollmond baden. Auch unseren Schmuck, den wir tragen oder auch unsere Kristalle, die wir für die Arbeit benötigen, die legen wir auch in das Mondlicht rein. Also entweder auf einer Fensterbank oder sonst irgendwas und lassen das auffüllen mit dieser Mondenergie. Und das ist halt eben, es ist halt wirklich so, wie hier schon gesagt worden ist. Entweder man glaubt daran oder man glaubt nicht daran. Es ist einfach, es geht darum, zu akzeptieren, was ist. Er hat seine Sicht, ich habe meine Sicht und das ist beides gut so. Aber du beobachtest dann auch, dass es, weiß ich nicht, sauberer, gereinigter ist, dass es dir besser geht, dass das... Also das ist nicht nur... Das ist auch kein Aberglaube und das ist auch so... Also für mich, das ist ja das, nur weil es jemand nach so empfindet, heisst es noch lange noch, dass es nach so ist. Und das ist egal, wo ich bin, habe ich für mich, für meinen Teil festgestellt, dass egal, wo ich auf der Welt bin und ich war schon viel unterwegs, drei Tage vor Vollmond fängt das bei mir an. Ich kann nicht gescheit schlafen. Wenn ich schlafe, kann ich nicht durchschlafen. Ich träume ständig und zwar richtig heftig und das eigentlich bis zum Vollmond. Und danach geht das weiter und mein Fenster ist nicht ausgerichtet, sodass der Vollmond reinscheit. Und wenn, dann würde ich die Rollos runterlassen. Trotzdem ist es da, diese Energie. Ich muss dafür nicht mal in den Kalender schauen. Ich weiß, ich schlafe schlecht und... Aber weil du auch so schönes, volles Haar hast, kommen wir noch ein bisschen zum Praktischen. Die Christine schneidet oder lässt ihr Haar an bestimmten Tagen schneiden. Ja, da habe ich, glaube ich, schon vor, weiß ich nicht, vor 50 oder über 50 Jahren begonnen, weil ich eben so wenige habe und so dünne. Und ja, ich bin davon überzeugt, das bringt was. Wir haben nämlich Gerhards Tochter da, die liebe Sigrid, die ist nämlich Friseurin und hat tatsächlich an Löwe- und Jungfrautagen mehr zu tun. Ja, also da muss ich sagen, das stimmt wirklich. Also bei uns ist es wirklich so, dass an Löwe- und Jungfrautagen wirklich mehr Termine vereinbart werden, weil eben der Löwe für die Fülle steht, die Jungfrau für den perfekten Halt. Da haben wir eben, am Launt ist es da bei uns noch eher, dass wir mehr Dauer werden da machen. Aber ist das auch so? Beobachtest du das in der Bank? Also ich sage, es wird wohl was Wahres dran sein, weil die Damen ja immer schon auf das achten. Also bei uns ist das wirklich so. Und ich kann deswegen sagen, ich habe den ersten Haarschnitt bei meinen Kindern und bei meinen Neffen und Nichten wirklich an Löwe bei zunehmendem Mond gemacht und die haben alle wirklich dickes Haar. Also das ist wirklich, das stimmt. Das kann ich mir wirklich sagen, dass das so ist. Aber sonst richtest du persönlich dein Leben nicht unbedingt nach dem Mondkalender, oder? Ja, das nicht. Es holt ja trotzdem. Es holt ja trotzdem. Ja, schön. Voll das Haar. Aber nach dem Mandelkalender hast du dich schon gerichtet, gell? Ja, genau. Den Hoftestermin, glaube ich. Genau. Also wir haben da geschaut im September, haben wir nicht gewusst, wann wir da heiraten sollten. Und dann reden wir halt so mit meiner Schwiegermutter, man hat einen Mandelkalender und alles so. Und da haben wir wirklich geschaut, ob da eventuell ein schönes Wetter ist. Und dann haben wir gesagt, ja, wir riskieren es. Und tatsächlich, es hat gestimmt, es war ein schönes Wetter am 20. November. Ist das jetzt, glaubst du, ist das tatsächlich so, weil das so ist im Mandelkalender, oder war das einfach nur Zufall? Also ich glaube, ich habe einfach Glück gehabt. Oder Glück. Ja, genau. Wenn Engel reisen wird, sich das Wetter weiß. Genau. Also da kann man Christine ja gar nicht dran glauben oder nicht. Das war einfach so. Ja. Aber ansonsten ist es schon so, dass der Mond eine Kraft hat, die du spürst. Ja, auf jeden Fall. Wir waschen zum Beispiel ganz mit natürlichen Waschmittlern. Also keine diesen üblichen und haben viele Flecken in unserer Tischwäsche für die Gäste. Und wir legen die in die Sonne. Und wenn es die Sonne nicht schafft, bleiben sie in Vollmond. Werden sie in Vollmond. Und dann sind die Flecken garantiert weg. Trotzdem wäre es interessant, ob, lieber Mag. Dr. Martin Fehlinger, Mondkalender und Bauernkalender eine Frage des Glaubens sind, oder? Eben nicht. Ein klein wenig zögerliches Ja, weil ich würde gerne unterscheiden zwischen Bauernkalender und Mondkalender. Der Bauernkalender kommt aus der Historie. Und wenn man sich jetzt wirklich Jahrhunderte zurückdenkt, dann war die Wissenschaft am Anfang auch eine Beobachtungswissenschaft. Das heißt, die Erkenntnisse haben wir vor vielen hundert Jahren durch Beobachtung erlangt. Und nichts anderes hat der Bauernkalender gemacht. Indem das, was beobachtet wurde, festgehalten wurde. Und manches war tatsächlich auch richtig beobachtet und hat eine Gültigkeit gehabt. Manches waren vielleicht Scheinzusammenhänge. Man hat es zwar beobachtet, aber eigentlich der Grund war ein anderer. Und genauso wie der Stefan gesagt hat, also ein wenig Beweis, signifikante Ergebnisse gibt es. Aber das muss man im kleinen Bereich sehen. Das sind 10, 15 Prozent über die Studien hinweg. Aber da ist vielleicht ein bisschen was dran. Beim Mondkalender ist es ein wenig anders. Weil der Mondkalender geht nicht auf die Beobachtung, sondern er behauptet, dass der Mond oder das Licht des Mondes einen Einfluss hat. Also da gibt es einen Wirkzusammenhang. Und ganz spannend finde ich in der Diskussion, die auf der Bühne passiert ist, dass neben dem der Mond wirkt, plötzlich auch das Wort, ich muss dran glauben, mit dabei war. Das heißt, wir haben bereits zwei Einflussfaktoren, angeblich den Mond. Aber wir haben was Zweites auch, nämlich den Glaube. So, der Glaube ist die selbsterfüllende Prophezeiung. Das heißt, ich kann scheinbar etwas mit beeinflussen, weil sonst wäre es ja eigentlich egal. Die Wissenschaft sagt, naja, uns interessiert jetzt, hat der Mond einen Einfluss, ja oder nein. Und das muss unabhängig vom Glauben, unabhängig von der Person sein, ob das jetzt der Sepp ist oder die Lara ist, muss für die Wissenschaft her egal sein. Und wenn man das macht, wir haben jetzt ganz viele Beispiele gehört. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass jeder das auch tatsächlich so erlebt hat. Also ich würde nichts anzweifeln, dass jemand sagt, ich erzähle dir jetzt eine Geschichte. Aber die Wissenschaft wiederum sagt, okay, spannend, du siehst das so, du siehst das auch so, du siehst das auch so. Jetzt müssen wir prüfen. Und das ist die Weiterentwicklung der Beobachtungswissenschaft, nämlich die experimentellen Zugang. So, und das Experiment heißt zu sagen, ich schaue mir an, was passiert, welche Möglichkeiten des Einflusses gibt es vielleicht noch, der eigene Glaube oder einfach der Zufall oder die Wettersituation und, und, und. Und das muss ich mit berücksichtigen. Und in dem Moment, wo es um Erklärung geht, hat die Johanna gesagt, na, erklären kann ich es nicht, aber es ist so. Ja, das ist halt, sorry, dass ich diesen Begriff sage, aber nicht wissenschaftlich. Wissenschaftlich heißt, es ist nicht einfach nur so, ich muss es prüfen. Und wenn man hergeht und sagt, wir prüfen es, dann sind wir beim Stefan, der sagt, na ja, aber viele, viele dieser Prüfungen, die wissenschaftlich sauber durchgeführt werden, zeigen einfach keine Effekte. Und dann haben wir die Ergebnisse, die wir auch beim Internet suchen finden. Ja, da gibt es Studie, Studie, Studie. Wenn man dann aber genau hinschaut und da wurden nur 20 Leute befragt und da wurden die Signifikanzniveaus, ist jetzt ein Fachbegriff, aber sehr tief gehalten, damit es eben einen Effekt gibt und, und, und. Und dann sagt man, naja, aber das ist nicht wirklich überzeugend. Aber trotzdem richten sich Menschen danach, verschieben Operationen, bestehen auf bestimmte Tage, wo sie zur Kosmetik gehen oder zum Haareschneiden oder Pflanzen. Da geht es um Entscheidungen. Und wenn ich jetzt eine Entscheidung, und du sagst zum Beispiel Operationen, eine wichtige Entscheidung, wenn ich eine wichtige Entscheidung treffen möchte, dann will ich sie ja perfekt treffen, hundertprozentig treffen. Und dann ist es eine Hilfe. Und wer von uns hat denn jetzt so viel Wissen zu sagen, ich weiß ganz alleine, an dem Tag ist eine Knieoperation gut. Wahrscheinlich wird es relativ egal sein, oder an dem Tag vielleicht, wo der beste Chirurg da ist, dann wäre es vielleicht durchaus erklärbar. Aber grundsätzlich suche ich halt irgendwo Hilfsmöglichkeiten. Und das Angebot ist riesig. Das ist etwas ganz Natürliches. Jeder sucht für wichtige Entscheidungen. Soll ich dies oder jenes kaufen? Soll ich in den Urlaub fahren oder nicht? Information. Und da gibt es vielleicht Quellen, denen ich mehr vertrauen sollte und könnte. Und dann gibt es vielleicht Quellen, die mir schnelle Lösungen anbieten. Ja, das ist ganz einfach, da musst du nur das und das machen. Die aber sehr überzeugend zumindest sich präsentieren. Und das kann man Menschen verleiten, zu sagen, naja, irgendwo muss ich die Information hernehmen, das klingt gut, also mache ich es. Und wie die Dame erzählt hat vom Frisiersalon, naja, hilft es nichts, schadet es nichts. Das heißt, man hat gehört, es soll an dem Tag gut sein, also laufen alle Personen an dem Tag Haare schreit. Der Mond beeinflusst aber Ebbe und Flut, ne? Ja, ja. Ja, genau. Also irgendwie denkt man, da denkt man sich ja schon, irgendwas könnte da ja sein. Naja, der Mond ist ja auch der spannendste Himmelskörper, den wir sehen. Und fasziniert uns seit immer schon. Warum ist das so? Warum fasziniert uns der Mond? Wir können ihn gut beobachten, er ist wirklich schön groß, er verändert sich auch. Er hat größer, wird kleiner, Vollmond, Halbmond und ich weiß nicht was. Also ist doch etwas Spannendes. Und das geht zurück bis in die Antike. Auch damals hat man schon Zusammenhänge vermutet und teilweise ja auch gesehen. Und das ist etwas, nicht zuletzt auch, dass es der einzige Himmelskörper ist, wo wir es geschafft haben, auch als Menschen den zu erreichen vor knapp mehr als 50 Jahren. 69, ne? 69. Juli. Also das ist natürlich etwas Spannendes und es hat tatsächlich auf Lebewesen und auf Flut, ja, Einfluss. Also ist ja spannend, das könnte ja auch für uns Menschen sein. Ja, das könnte, ist es ja auch, aber ob es tatsächlich ist, das müsste man prüfen und bisher wissen wir noch nichts. Lieber Magister Dr. Martin Fehlinger, danke für deine Ausführungen. Ich bedanke mich bei euch auch fürs Kommen und ich glaube, dass uns der Mond noch lange beschäftigen wird. Schönen Nachmittag. Sie wollen auch einmal in der Barbara-Karlich-Show auf der Bühne sitzen und mitdiskutieren? Dann melden Sie sich an unter 0900-91-0098. Und wir können auch einmal in der Barbara-Karlich-Show auf der Alles network, das stimmt. Dann be respecto, ist es die Substкое aus Max war Gott. Vielen Dank.